Ich würde euch gerne den Lapland Hike Rucksack vorstellen. Es ist ein Produkt aus Schweden, das für die aktive Jagd gemacht worden ist. Es ist ein Rucksack, der ein Fassungsvolumen von 15 Liter hat. Ganz besonders ist die Rückenplatte aus zertifizierter Wolle. Ist in Deutschland zu Loden verarbeitet worden und kommt aus zertifizierter Herstellung heraus. Nachhaltigkeit ist bei uns ein sehr wichtiges Thema. Der Beckengurt ist abnehmbar, ist gut einsetzbar. Hier haben wir noch eine Tasche für weitere Features dabei. Es ist wirklich ein Produkt, das zur aktiven Jagd draußen geeignet ist. Der Rucksack ist nicht nur für die Jagd geeignet, denn er kann auch zu jedem anderen Outdoor-Zweck genutzt werden. Es ist, wie schon gesagt, auch hier die Rückenplatte sehr klimaregulierend und kann wirklich zu Versatil draußen eingesetzt werden. Der Fiereben Lapland Hike wird ab Herbst im Fachhandel erhältlich sein.